Die Wasserqualität in der Schweiz ist ausgezeichnet. Kein Wunder, trinken immer mehr Leute wieder das Wasser direkt ab dem Hahn. Schliesslich ist es gesund und günstig. Wasser ist aber nicht gleich Wasser, richtig aufbereitet kann das sogar noch gesünder sein. Eine Schweizer Erfindung, die vor kurzem den Red Dot Design Award gewonnen hat, macht das möglich. Auf den ersten Blick eher unspektakulär. Der Vortex Power Spring unterscheidet sich aufgesetzt auf einem Wasserhahn nur durch seine geschwungene, kompakte Form von normalen Aufsätzen. Die Schweizer Erfindung ist jedoch weit mehr. Es ist ein biophysikalisch arbeitendes Produkt zur Trinkwasseraufbereitung. Willi Weibel erklärt uns, wie der Vortex Power Spring funktioniert. Der Spring funktioniert so wie die Natur. wird mit hohem Druck das Wasser verarbeitet. Wir haben im Spring 2,5 Bar Druck. Das Wasser erreicht eine unglaubliche Geschwindigkeit von 1,2 Mach. In dieser kurzen Zeit wird der Bachlauf von etwa 2 Kilometern simuliert. Deshalb haben wir praktisch zu 90 Prozent das Quellwasser. Durch die naturkonforme Wasserregeneration durch Wirbelbildung wird das Wasser revitalisiert und wohlschmeckend. Die hocheffiziente Wirbelkammer wirbelt das Wasser mit hoher Geschwindigkeit und macht es so wieder hoch lösungs- und fliessfähig. Unser Körper ist eingestellt auf Quellwasser. Das ist das, was wir verarbeiten können. Das ist das, was die Zellen aufnimmt. Also mit einem sehr guten Wasser, das am Quellwasser gleichkommt, sind unsere Zellen fähig, das Wasser direkt aufzunehmen. Normales Wasser geht leider nur durch den Körper. Mit der Erhöhung der Fließ- und Lösungsfähigkeit des Wassers wird zudem der Abtransport von Schlackenstoffen im menschlichen Körper erleichtert. Jesper Olsen hat den Vortex Power Spring ausgiebig getestet. Er war zu Beginn sehr skeptisch eingestellt. Also ganz klar Unterschied ist sicher, dass wir jetzt dreimal weniger Kohle trinken, würde ich sagen. Und dass wir auch viel weniger Wettflaschen in unserer kleinen Küche haben. Und das ist natürlich sicher ein Vorteil. Sieht ordentlich aus und man hat immer, jeder hat eine eigene Flasche und man kann eigentlich damit machen, was man wollen. Die positiven Effekte ließen dank dem konsequenten täglichen Trinken nicht lange auf sich warten. Also ohne, dass ich jetzt übertrieben soll, aber es ist ja wirklich eine Freude, ein kaltes Glas Wasser zu trinken. Und ich merke ganz sicher an mir selber auch privat, dass ich viel mehr Wasser trinke. Ich kaufe nie irgendwie Kohle oder sowas privat und das habe ich früher gemacht. Das mache ich ganz sicher nicht mehr. In der Zwischenzeit hat Herr Olsen auch seine Freunde und Familie überzeugt, dass Wasser eben nicht gleich Wasser ist. Sie liebe Zuschauerinnen und Zuschauer können jetzt drei sogenannte Wasserwirbler Vortex Power Spring im Wert von 496 Franken gewinnen. Alles was Sie machen müssen, Sie gehen auf homegate.ch slash Wettbewerb. Wettbewerb 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 Untertitelung des ZDF, 2020